Die 25 Jahre Xana! Mehr live geht nicht, doch! Film bei Galakom, der TV No Limits. Courage! Deutschland, Ukraine, 3. Juni, 24. Ja, bei Bill Clinton war ich geladen. Vielen Dank noch mal. Berlin. Berlin. Die Euro kommt sicher, so wie das Amen in der Kirche. Und wir hoffen, dass dann mit Sicherheit alles geregelt ist. Akkreditativ seid's. Galakom, der TV. Mehr Sicherheit, global weit. Mehr Sicherheit, global weit. Mannheim, Polizei, mein Beileid. Unfassbar. In jeder Sekunde kann es jeden treffen. Das sollten die Menschen da draußen begreifen. Mehr Sicherheit. One Move lehrt Ihnen garantiert mehr Sicherheit in Perfektion. Ein Kung-Fu-Kämpfer, Wing-Zung-Sifo, etc. pp. erlangen. One Move. Garantiert. Sind Sie da sicher? Gut aufgehoben. Spazierstockversteig... Ähm, Verteidigung, Entschuldigung, für den Zungenbrecher. Etc. pp. Für Senioren, für Junioren. Man kann nicht sicher genug sein auf diesem Globus. Und wir haben eine andere Zeit. 2024. Einen Moment. Zeichen setzen für mehr Mensch. Vogelperspektiven. Wenn man für Galakam Menschenrechtler mohrhard007 mit gmail.com nicht alles unternehmen möchte, dann sitzt er nicht wie beim 1000 Fernsehpreis in der ersten Reihe, sondern draußen vor den Toren. Nürnbergs Stadion. Max-Mollock-Stadion. Was würde Max-Mollock jetzt sagen? Wenn humanitäre Ideen verschlossen bleiben. Guten Abend. Ciao, ciao. Aber wir hören uns garantiert. Ich lass das nicht stehen. ein Film bei Galakam. Das ist wie No Limits. Durchblick für eine bessere Welt. Licht ins Dunkel. Der Unternehmer oder einer der beiden von heute hat gerade gesagt, das war deine Chance. Ja, das ist richtig. Ist aber nicht mein Problem. Das ist das Problem der weit denkenden Presse stille. Bis bald. Ach, ich hab'n Fehler gemacht, genau. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, liebe Fußball-Präder auf dem Weg zu Euro und ein 52.789 Zuschauer dieses Spiel gewinnen auf meiner Ausgleich auf der Arena als Sicher in Neumark. Ja, es lag nicht an der Polizei, nein, es lag am Weitblick der Akkreditierungshilfen der Presse des DFB. Guten Morgen. Bei den G8-Gipfeln zu Gast. Aber nicht beim Rundenball des DFB. Alles Gute, Rudi Völler and Team. Bis bald. Wir hören mehr Mensch. Ja, wer kommt denn da? Bekomme ich jetzt Besuch? Wir hören. Ciao, ciao. Courage geht alle an. Jeder kann der Nächste sein.